Jo, was geht YouTube ich bin zu der JamTV? Türkischer Vater auf Basechat, ich und mein Daddy, wir haben Basechat hochgenommen Dazu gibt es neuerdings auch eine App, Basechat Gold heißt die App, wir checken diese App jetzt einmal kurz ab Leute, ihr geht hier in die App rein, zack, ihr verbindet, mein Account ist schon verbunden Leute, ihr könnt ihr ganz normal anrufen, wie immer bei Basechat, nur es gibt jetzt bei dieser App die Funktion, dass ihr die Leute auch sehen könnt, mit denen ihr telefoniert oder telefoniert habt Jeder Basechat Nutzer hat ab jetzt auch ein Profil und dann gibt es Chats, zum Beispiel, aha, hier hat mir jemand geschrieben vor 5 Stunden, gehen wir mal drauf Ist die am Schielen, Alter? Hat mich auf jeden Fall angeschrieben hier vor 5 Stunden und hier ist mein Account Leute, ihr könnt mir gerne da schreiben, ich antworte euch auch, auf jeden Fall Leute, tut mir der Gefallen, ladet euch die App runter Hammergeil, ihr seht einfach, nachdem ihr telefoniert habt, könnt ihr den Account abchecken und so weiter Ihr könnt mir schreiben, ich antworte euch Das Ganze verbinde ich noch mit einem Gewinnspiel, das zeige ich euch aber gleich Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Aufnahmen mit meinem Hund und so Ist auf jeden Fall ein richtig, richtig krasses Video Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Abonniert meinen Kanal für mehr Und wir sehen uns im nächsten Video, Peace Irgendwie bist du in jedem Video drin, Digga Er springt einfach Leute, der ist auch langsam richtig groß geworden Richtiger Koloss Leute, ich verlose einfach drei, nein, fünfmal, fünfmal 25 Euro Amazon Gutscheine Bedingungen dafür, ladet die App runter Abonniert meinen Kanal Folgt mir auf Snapchat Und schickt mir die Screenshots, dass ihr das gemacht habt Das war's Viel Spaß mit dem Video Und Peace Leute, das Video mit dem und Frankie kommt online Ich hab noch was richtig, richtig krankes vor Einen zweiten Prank Mit ihm Verrate ich noch nicht Weil das zu krass ist Und ich hab Angst, dass mir irgendjemand nachmacht Und ihr wisst ganz genau Ich bring immer Sachen Die so eigentlich Du ekliger Anna Der hat richtig gefurzt Du Bastard, du liegst noch in meinem Bett Du Pico Komm mal hier Ozur Sitz Check Tito Ich liebe dich auch Oh, Jim, bitte Bitte gehst meine Muschi Leute, wisst ihr, das Problem ist, ich lade so eine Scheiße noch hoch Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht wie und warum ich so viele Klicks mache Aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich behindert bin So So Jürgen Ne, 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 lauf Oh, du sollst nicht mitten im Video Wollen wir jetzt drehen Hallo Jürgen Halt dich, hopp So Ich geh gleich weg Holen Essen Dieses Mal, Papa Verarsche ich nicht dich Sondern wir verarschen andere Hier das Base Chat Neue App Richtig killer Du rufst einfach an Du bist anonym Also die Leute wissen nicht, wer du bist Aha Also wenn du dir Personen am Telefon auf der anderen Seite zugesagt hast Kannst du dir auch adden Und wenn die dich annimmt, könnt ihr hier drüber chatten Ja, auf jeden Fall, wir rufen jetzt an Und da sind halt Leute, die sind ein bisschen komisch Weißt du, manche Leute sind nur auf Sex aus Manche Leute sind beleidigend und so, weißt du Und wir versuchen, die zu verarschen Jetzt bist du im Karussell Mh 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 Dann drücke bitte die 1 Und du bist ihn weg Ich kann den Bock auf die Öl Okay, jetzt immer 0 drücken, dann kommt der nächste Und jetzt kommt irgendeine Person, mit der die Telefon jetzt Hopp Hopp Pianco, dann ne chikarste, ha? Ja Hallo Dohru, konnisch, lan, haywan Amunu, damunu, sikerim, senin piiçgurusu, adam gibi, konnisch, lan Gavat Gavat Seni budarım, budar Onun bunun çocuğu Tövbe Bu ne lan Bana bak, ağzını bozma Ağzını bozma, terbiyeni takın Hayvan Siti lan Yapacak, tecrübe ben seni Senin memleketin neresi, it ol it Memleket ne sokayım sen lan bana, ben senin memleketini Sana Allah verecek karşıma var Allah bana ben sana Allah'sız kitab kız Amuna kodomun piiçgapatt night Ah! Ah! Oh! Oh! Komm her! Will du picken? Ja! Komm her! Komm her! Komm her! Oh! Oh! Warum machst du aus? Mann! Das war doch lustig! Der Typ hat es nicht gehört! Der so stöhnt mal laut und so! Der dachte nicht! Her gün konuş benim yanımda ip ne gibi ne o? Sikerim adam gibi adamlarla konuş! Bunların hepsi kırık mı lan kafada? Bu ne biçim site lan? Ya! La millete vallahi eğlence on numara burada! Zayıf adlıydı! Aha! Sişti! Düzün konuşsana sen! Jetzt Nein, Azul, Azul Suchen, Suchen Frau Ja, Deutsche Frau Ja, Deutsche Frau hast du Arbeit, hast du Job, hast du Geld Hast du Frau Hast du Frau He? Ambar mı lan? Adam da adam gibi konuşuyok burada Ne? 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 Nein, Azul lan Du tammaniyak bişim Hadi, ich mach neşte Was los Lavek falan Hast du verstopfung ura was? Wie alt bist du? Wie alt bist du? 18? Echt? 25 28 Hallo Hallo Ich Autohändler Ich kaufe ein Auto Hast du Auto? Du Du Mercedes Mercedes E-Klasse 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 Deine Baba Deine Baba Meine Baba Mit deiner Baba sprechen Deine Baba hat viel Auto sagst du Wie viel kostet? Ja, kommt doch an, ja. 24 geht ab. 24 Wo? Auto? Gesehen? Bildauto? Geht das? Oh, auf mobile.de Aha Schreibst du mir, tsegner.ta oder auf galerie.de Wie heißt? Ah, sitte, la. Hallo Lange, keine Deutsch. Ich brauche Deutschhilfe nach Sprachkurs brauchen. Deutsch Sprachkurs. Ich brauche Sprachkurs. Tschüss Pass mal auf, ein bisschen respektvoll, ja, hier, kollega. Wo kommst du her? Ich komme aus Köln. Köln, gut, Köln. Schöne Stadt ist das da. Was ist für Landmann? Ich bin Türke. Ach so, hab ich verpasst, sorry. Hoca scenario, gaga. Ich bin Türke. 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 Jätein. Aber wir haben попangen an. Ich spreche han zigeren. Jätein Jahre方,igsjruth. Jätein Jahre habe 2.5 Jahre auf I balanced reciite. Ja spraying Vamos. Fast das, aber ist das o... Ah, geht doch, wa? Ja, das versteh ich. Hör mal, das ist geil hier. Ich hab Langeweile, weißt du? Ich wollte schon herzlich willkommen flüchten. Das Video hier auf YouTube abschicken kann, glaub mal wie ihr das nennt. Äh, meine Seite oder was? Ja, ja, wo ich das sehen kann. Jam TV? Korrekt. Ukraino, da bin ich dabei. Schönen Glück vom Amca. Vom Amca? Du wie alt! Nisch? Ja. Wie ist du alt? Du hörst dich? Du bist eingezogen, Amenakku. Wollahamme! Wollah! Wie alt du? Hey Jungs, komm mal, ich mach's bei Seite. Ich wünsch euch noch viel Spaß. Mach dir unser Rappasaba. Ich schicke das Video am Sonntag ab. Alles klar, Digga. Mach's gut. Hadi, tschüss. Hadi, tschüss, ne? Das war mir dabei gut. Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ihr einen zweiten Teil wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. So. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Seite. Hat man nie Langeweile. Ich hatte auch Spaß gehabt. Außer paar, naja, Aufnahmezustände. Da musste ich mal wieder fluchen. Im großen Ganzen, hör mal. 24 Stunden non-stop. Hihihi. Wir sehen uns im nächsten Video und bis. Tschüss. 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 Welcome.